ja hallo und willkommen zu meinem vierten kommunismus video das ist eine video antwort zu mr hero birne der auf mein drittes video geantwortet hat es geht um die umsetzbarkeit guckt euch das video an er macht wirklich ein paar gute punkte auch wenn es nicht wirklich lang ist das video aber bei einem punkt muss ich eben ein bisschen ihn rein reiten das wäre der punkt mit den lebensstandards das problem was wir mit den lebensstandards haben ist im grunde die verteilung der güter ist umgekehrt proportional zur verteilung der menschen ich zeige das mal eben ganz kurz dazu gehen wir eben auf wikipedia unter weltbevölkerung link in der beschreibung wir scrollen mal runter und sehen hier ich zoome eben rauf sollte passen die bevölkerung da die anzahl der weltbevölkerung wir haben hier einmal asien mit etwa 40 millionen der vier vier milliarden werden schuldigung afrika mit einer milliarden nordamerika mit etwa 350 millionen latein amerika und die karibik mit etwa 600 millionen europa mit 740 millionen ozeanien ich habe sagen das liest irgendwas mit australien war es glaube ich oder australien umland ich weiß nicht mehr genau mit etwa 40 millionen und insgesamt sind wir etwa sieben milliarden menschen das heißt das sieht schon mal nicht gut aus die einzigen reichen gebiete hier wären ozeanien sage ich einfach mal ich weiß nicht genau wie es aussieht in australien aber internet haben die zumindest wir haben europa und wir haben nordamerika asien ist größtenteils wirklich recht arm wir haben afrika das größtenteils total am arsch ist und wir haben lateinamerika und die karibik die naja es ist es ist scheiße sagen wir wie es ist denen geht es auch extrem beschissen aber halt wir haben ja noch japan japan ist das teil von asien ist also mitten der statistik drin das müssen wir rausrechnen weil es ja extrem reich ist eigentlich so dann haben wir hier auch den artikel zu japan link in der beschreibung und hier beim kleinen steckbrief haben wir ein bisschen mehr in die mitte einwohnerzahl etwa 130 millionen ich runde dann noch mal ein bisschen rum und pack das ganz ins excel also hero birne falls du das hier siehst ich habe wirklich zu deinen gunsten gerechnet also extrem zu meinen gunsten ich habe hier mal für die erste welt die werte bisschen aufgerundet und für den rest der welt abgerundet ich habe mal 50 prozent an reichen leuten angenommen ist vollkommen utopisch aber man darf ja noch hoffen und ich habe hier mal den abfall was wir an verwertbaren sachen wegwerfen wir wissen mal nur auf nahrung und medizin konzentriert angepasst in usa ist sind es 60 prozent habe ich für kanada auch mal angenommen in europa japan und australien sind es etwa 40 prozent von dem was noch verwendbar ist wird weggeworfen insgesamt kommen wir hier auf etwa 600 und hier mit freundlich raus gerechneten vernünftig versorgten leuten komme ich auf etwa 3000 das heißt selbst wenn wir das was wir hier haben noch verdoppeln würden ich mache das mal eben kurz da kommen wir vorne und hinten nicht mit lang das problem ist auch nicht jetzt das wirklich nur das lebenswichtigste jetzt luxusartikel in anführungsstrichen zum beispiel autos sind an und für sich kein problem die könnte man wir als effektiv herstellen verteilen auf der welt meinetwegen auch unentgelt das ist gar nicht das problem das problem ist das benzin wenn wir rechnen wir mal hier durch jede zehnte person hat ein auto das ist natürlich vollkommen utopisch aber komm sagen wir einfach jede zehnte person hat ein auto auch wenn es wahrscheinlich mehr sein würden wenn die alles gerecht verteilt wäre innerhalb von zehn minuten wäre das gesamte erdöl was wir noch haben weg wenn jeder chinese jeder inder und jeder afrikaner mit einem auto hätte so wie wir in europa oder in den usa da würden wir aber den zündschlüssel umdrehen und das öl ist weg für immer was du aber sonst im video noch gesagt hast war größtenteils richtig man kann alles verbessern unter anderem kann man alles dadurch verbessern dass man halt forschen würde was aber wie du auch richtig sagst im kapitalismus so nicht gemacht wird und ich will dir jetzt natürlich eigentlich kein futter geben weil ich in der diskussion in anführungsstrichen dein gegner bin aber wenn du wieder mal was brauchst um zu zeigen dass der kapitalismus scheiße ist nehmen die usa das ist immer gutes beispiel aber diesmal ist es besonders gut das beispiel geht so das können wahrscheinlich die meisten die hier zuhören einige staaten von afrika haben bei den usa die haben das patent auf das aids medikament man kann jetzt nicht teilen aber man kann es bekämpfen und eindämmen also diese staaten haben nachgefragt bei den usa ob sie das patent auflösen könnten oder die zumindest das patent lockern könnten damit die afrikaner das zum selbst kostenpreis herstellen können dann hat papa busch gesagt nö das geht nicht das ist ja gegen die freie marktwirtschaft ein paar jahre später waren fünf afrikaner an milzbrand erkrankt weil irgendein bekloppter professor mal ein bisschen rumspielen wollte das patent darauf hatte bayer jeder kann sich jetzt an fünf fingern abzählen was passiert ist papa busch hat gesagt das patent ist weg sonst kommen wir mit den panzern also kapitalismus besagt das leben von 100 millionen afrikanern ist absolut minderwertig aber das leben von fünf amerikanern das ist wichtig so nachdem ich jetzt die amerikaner beleidigt habe und meine argumente vorgebracht habe war es das eigentlich ja ich bin fertig ich hoffe die video antwort hat ein bisschen geklärt was ich mit meinem letzten video mit der umsetzbarkeit meinte ansonsten am sonsten schönen tag euch noch und ich hoffe mal auf eine video antwort oder Ciao.